Hey Robin, guck mal, wir sind hier gerade bei der Uni. Hey Robin, da ist ja noch so ein Spezieller. Ey, der ist ja noch Spezieller als der von letztem Mal. Mann ist der Speziell, guck mal, was der anhat. Alter, das ist ja Robin. Mach lieber mal die Katzenhaare von meinem Penis ab, sonst krieg ich einen allergischen Anfall. Du bist schon.